So, einen wunderschönen Nachmittag. Mein Name ist Hebex-Solz, beziehungsweise Klein-German und der Mick hat irgendwann einmal gesagt gehabt, ich könnte doch nach Hanau kommen und ich könnte mal ein bisschen was über mein Spezialgebiet erzählen. Über mein Spezialgebiet haben wir ja schon den ein oder anderen Film letztlich gemacht, bei mir zu Hause, zum Beispiel das Bridgeport Special. Und genau darum geht es heute. Ich möchte euch die Bridgeports, die es für den Amiga gibt, ein bisschen näher bringen. Und ja, was will ich euch heute alles mal erzählen? Zum einen, was ist überhaupt ein Bridgeport? Es gibt ja da gewisse Dinge, so Halbwahrheiten, sagen wir es mal so. Aber Bridgeport muss ja ganz bestimmte Kriterien erfüllen, weil sonst ist es ja nur eine PC-Karte oder nur irgendwie eine Hardware-Emulation für den PC am Amiga. Da muss man eigentlich tatsächlich dann eine Grenzlinie ziehen. Das werden wir machen. Warum gab es das überhaupt? Ich meine, heute ist es ein nettes Hobby, das ist klar. Aber das hat früher tatsächlich einen triftigen Grund gehabt, warum Commodore anfangs in die Entwicklung eingestiegen ist. Ja, wie funktioniert das im Groben, in das ganze Feine? Können wir dann eventuell später in Einzelgesprächen tatsächlich noch einsteigen. Aber ich mag jetzt hier nicht den großen Rahmen sprengen. Vor allem die Funktionsweise ist hauptsächlich auf die Commodore-Ports bezogen. Mit denen habe ich mich in den letzten Jahren deutlich intensiver beschäftigt. Weil es gibt ja auch noch einen anderen großen Hersteller, Vortex, der auch eine sehr vernünftige Brückenkarte tatsächlich gebaut hat. Die unterscheidet sich aber ein bisschen in der Funktionsweise. Welche Hardware gibt es im Endeffekt? Da gibt es zum einen die ganze Reihe von Commodore und natürlich die gerade erwähnten von Vortex. Und zum Schluss einfach mal ein bisschen über den Tellerrand Brückenkarte hinausschauen. Wie kann ich ansonsten noch die quasi MS-DOS oder Microsoft-Welt mit Windows, wenn wir das dazunehmen, auf den Amiga bringen. Begriffsdefinition. Wie gesagt, ein Bridgeport ist natürlich eine Amiga-spezifische Erweiterungskarte. Sowas gibt es eigentlich nur hier. Wobei für die Apple gibt es auch so Zusatzlösungen. Der 6100er hat auch so eine MS-DOS-Karte gehabt und sowas, die quasi nach dem ähnlichen Prinzip funktioniert. Weil das ist, wenn wir jetzt mal in der Amiga-Welt treiben, eine Steckkarte, wo ein Intel-Prozessor drauf ist, beziehungsweise halt ein kompatibler Prozessor von AMD, Siemens oder sonst irgendwas. Eben eine 8088, 286er oder prinzipiell ursprünglich 386er CPU. Wenn wir uns jetzt die Golden Gates anschauen, dann kommen wir da zumindest schon mal zu den 486 SLC-Prozessoren und SLC-2-Prozessoren. Und wenn man es ganz per Rears machen möchte, es gibt, die werden nicht nur mit Gold aufgewogen, sondern da kann man Leber, Niere und sonstiges auch verkaufen. Es gibt auch SLC-3-Prozessoren, das heißt, die eine interne Taktverdreifachung machen. Die sind mir überhaupt nicht untergekommen, aber es gibt sie wohl. Und damit lässt sich theoretisch auch ein Bridgesport noch aufrüsten und hat dann eine entsprechende Taktverdreifachung. Und dann kommt man halt mit ein bisschen Glück in Geschwindigkeitsbereiche, die er wirklich dann einem 486er entsprechen würde. Ja, wichtig ist allerdings das Ganze bei einem Bridgesport. Weil das Ganze mit einer 386er-Karte, 486er-Karte, Pentium, Pils, Pentium, M und was da guck, ob was, Core-Duo-Karten, kriege ich ja auch als Single-Computer und kann sie mir reinstecken. Insofern diese Single-Computer-Karten an ISA-Steckplatz haben, kann ich die auch in Amiga reinstecken. Nur dann habe ich halt auch keine Bridgesport-Funktionalität, sondern dann ziehe ich mir den Strom vom Amiga, vom Amiga-Netzteil, aber ich nutze nichts weiteres vom Amiga. Und das ist eigentlich der große Unterschied, weil bei einem Rücksport ist es halt so, dass auch die Ressourcen vom Amiga genutzt werden. Ich brauche nur eine Tastatur. Ich brauche nur eine Maus. Ich brauche tatsächlich, wenn ich das so einrichte, nur einen Monitor. Und ich brauche im Prinzip auch mit dem PC-Teil nicht einmal eine eigene Festplatte. Ich könnte die Amiga-Festplatte nutzen oder umgekehrt. Das heißt, ich kann da sehr Ressourcenschonend vorgehen. Ich nutze praktisch beide Welten. Und nicht nur, wenn ich so eine Industriekarte hätte isoliert, entweder die PC-Welt, da kann ich dann rüberschalten oder halt die Amiga-Welt und da brauche ich dann einen Monitor switch dazwischen, dass ich das Ganze umschalte. Warum hat man das Ganze tatsächlich gemacht? Na ja, hat der Amiga auch in seinen Etherchips-Folgen sehr schön gesagt gehabt. Commodore hat einen Computer entwickelt, wunderbare Hardware. Aber die Anwendungssoftware, die war am Anfang ein bisschen mau gesehen. Ja, also es hat sich in einem Unternehmen einfach schon was anderes dreid gemacht. Da gab es halt dann auch schon MS-DOS. Der IBM PC ist älter und für MS-DOS gibt es halt entsprechende Anwendungssoftware. Und Commodore wollte halt irgendwie auch die etwas höherwertigen, also ein 2000er, 3000er, Amiga, durchaus auch eventuell in einem Büro sehen. Und da musste man dann nachbessern, weil wenn die Software nicht kommt, da muss ich dafür sorgen, dass ich die entsprechende Hardware habe, dass ich das andere auch zum Laufen bringe. Und aus dem Grund hat Commodore angefangen, diese XT-Möglichkeiten oder allgemein diese PC-Möglichkeiten letztlich zu entwickeln. Es war auch durchaus sinnvoll, weil in den Anfangszeiten vom IBM PC haben auch diese Teile wahnsinnig viel Geld gekostet. Es gab sie nur von Markenherstellern, Olivetti, HP und so weiter und die Geräte waren schweineteuer. Darum war es durchaus sinnvoll, dass man Teile vom Amiga mitnutzt und dann das Ganze zur Verfügung stellt. Klar, später, das war auch das, was den Brückenkarten irgendwann einmal quasi das Genick gebrochen hat, ist diese ganze PC-Hardware sehr billig geworden, weil dann die Taiwanesen ganz stark in die Fertigung von Platinen, von Erweiterungskarten eingestiegen sind. Na gut, dann war letztlich ein solcher XT, wenn ich mir daneben stelle, fast billiger als die XT-Karte. Also, aber zu den Anfangszeiten eine ganz wichtige Sache. Eben, ich brauche mal gegebenenfalls eine Festkarte, einen Monitor, eine Testkarte, eine Maus, wunderbar. Und, ich hatte nicht zwei Computer, die miteinander stehen, das ist ja durchaus auch was. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich habe das hier einmal in groß dabei. Gehen wir einmal von einer klassischen Amiga-Platine aus. Hier haben wir es auch da, eine Amiga 2000-Platine. So, dass wir es analog zu hier haben, wunderbar. Also, wir sehen hier, ist ja auch hier farblich gekennzeichnet, den Zorro-Bereich für die Amiga-Steckarten. Was es alles gibt, Festplattenkontroller und so weiter. Hier wäre der Turboslot, der schade prinzipiell nie bei einem Amiga, damit man der Kiste ein bisschen mehr Dampf macht. Und hier oben, wundert man sich vielleicht manchmal, warum tauchen da diese komischen Slots auf? Die haben wir hier eigentlich am Amiga gar nichts verloren, das sind ja ISA-Slots. Um genau zu sein, habe ich serienmäßig zwei, also beim Amiga 2000, zwei in 16-Bit ausgeführte Slots und zwei in 8-Bit ausgeführte Slots. Und ja, die sind halt nur elektrisch verbunden, aber natürlich nicht signaltechnisch verbunden. Die fristen eigentlich nur ein unnötiges Dasein, wenn ich eben keine Brückenkarten verwende. Es gibt, da gebe ich auch zu, es gibt vor allem für die Videobearbeitung, gibt es auch noch Zusatzkarten, die halt hier den Stromanschluss quasi benutzen. Das sind, die schauen aus wie ISA-Karten, sind aber im Endeffekt dann für die Videobearbeitung auch auf der Amiga-Seite zuständig, weil da irgendwelche Dinge noch gerechnet werden zum Beispiel. Sowas gibt es auch, aber prinzipiell, das hier sind PC-Slots. Und ja, da muss ich eine Brücke bilden. Das macht im tatsächlichen Sinne dann diese Brückenkarte, weil ich dann im Prinzip die Möglichkeit habe, mit diesen hier etwas anzufangen. Ansonsten, wie gesagt, sind die in einem normalen ein 2000er Amiga, wenn ich den ganz klassisch auflöste, eigentlich unnötig. Ganz wichtig für diejenigen, die da tatsächlich mal etwas machen möchten, hier ist etwas nicht bestückt. Das kann man aber sehr leicht nachbestücken, weil die Signale verbunden sind. Und das rentiert sich auf jeden Fall, wenn man zumindest dann, im späteren Vortrag gehe ich ja auch drauf ein, eine 286er Brückenkarte hat. Weil 286er ist halt extern mit 16 Bit und dann kann ich halt auch die entsprechenden Steckkarten tatsächlich verwenden. Und jetzt kann ich einfach diese Stecker besorgen, die kriegt man immer wieder auch nochmal neu, eventuell bei Ebay oder aber auch in den Vor- und Nachfragen. Das Ganze ist relativ schnell selber eingerötet und dann kann ich wirklich in vollem Umfang, so wie ich es auch hier gemacht habe, die 16 Bit Steckkarten tatsächlich nutzen. Bei 8 Bit Steckkarten sind auch für den PC mittlerweile ein bisschen rar, vor allem wenn es im VGH oder auch um das Casio-Control geht. Gut. Wie funktioniert das Ganze? Prinzipiell haben wir eigentlich zwei Welten. Wir haben auf der einen Seite unsere Amiga-Welt, auf der anderen Seite unseren PC, dargestellt durch unser Bridgeport. Was haben wir alles dabei? Natürlich am Amiga hängt die Tastatur, hängt die Maus und hängt irgendwo mein Monitor. Gleich der 1081er, den man früher ganz gern gehabt hat oder der 1084er Monitor. Und, klar, mein Amiga, der 2000er, 3000er, 4000er, der hat seine Zorbus für die Erweiterung gestellt. Der PC-Teil, das Bridgeport, das kann dann auf diese Isoslots, die ich vorher gezeigt habe, zugreifen. Das heißt, es hat im Prinzip diese Erweiterungsmöglichkeit. Und jetzt muss man irgendwo da die Brücke im Prinzip bilden. Und das macht bei den Komodorekarten dann die entsprechenden Umsetzerchips drauf. Und da hängen 128 KB RAM dazwischen, die von beiden Seiten gelesen und beschrieben werden können. Dieser Tool Ported RAM. Und über den erfolgt dann der gesamte Informationsaustausch zwischen diesen beiden Seiten. Bei den Vortex-Karten ist es ein bisschen anders. Die Vortex-Karten haben nämlich einen solchen Tool Ported RAM nicht on board. Das ist ein bisschen eine interessante Sache. Da bin ich selber gerade erst ein bisschen am forschen, wie das da dann eigentlich tatsächlich funktioniert. Weil die Vortex-Karte eigentlich von der Amiga-Seite anders funktioniert, als das eigentliche Komodore Brütsport. Da gehe ich dann auch noch ein bisschen drauf ein. Aber schauen wir uns das einmal an. Weil viele Dinge, was das Tastatur, Maus, Video anbelangt, ist trotz alledem sehr eng. Im Normalfall, so macht man das, wenn man das im Prinzip sehr schnell versucht einzurichten, habe ich auch im Amiga eine Festplatte drinnen. Sonst macht das Amiga-System ehrlich gesagt auch nicht so wirklich Spaß. Vor allem, wenn man 3.1 hat und wenn man 2.000 hat, dann schadet es definitiv nicht. Oder eben 3.000 oder 4.000, weil die waren auch serienmäßig damit bestückt, dass man irgendwie eine Festplatte hat. Und auf dieser Festplatte kann ich mir ein Hardpfeil anlegen. Das ist die schnellste Möglichkeit, dass ich im Prinzip ein Brütsport ans Laufen bekomme. Das geht auch mit den Vortex-Karten. Auch die unterstützen diese Hardpfeils. Die haben das Problem, die sind auch relativ klein. Also wenn ich die über die Tools, die da dabei sind, anlegen möchte, dann ist bei 32 MB Schluss. Naja, wenn man irgendwie mit MS-DOS 3.3 oder sowas ein bisschen rumspult, reicht es durchaus aus. Aber wenn man mehrere DOS-Spielchen drauf hat, stößt man möglicherweise an die Größengrenze dieser 32 MB. Und geschwindigkeitstechnisch ist es jetzt auch tatsächlich nicht der Burner. Ganz ehrlich gesagt, alle mit den XT-Karten, mit der 286er-Karte macht es nicht wirklich Spaß. Die sind relativ langsam auf das Anbelang. Hängt auch immer damit zusammen. Gehen wir mal eine Folie weiter, weil ich hier mein Problem habe. Der ganze Datenaustrag. Das heißt, die Daten, die praktisch der PC von der Festplatte liest, die müssen sich durch diese 128 KB durchquetschen und sind auch von der Geschwindigkeit des Zorro-Buses limitiert und so weiter. Das ist ein Problem. Also muss ich versuchen, gilt auch für die Vortex-Karten, quasi diese Dateiübertragung zwischen Amiga und PC so weit zu reduzieren, dass ich beide Seiten vernünftig nutzen kann. Und eine Möglichkeit, die würde ich jedem sofort empfehlen, die PC-Seite braucht eine VGA-Karte oder eine Grafikkarte. Das geht, weil du kannst jede ISA-Karte im Prinzip einbauen. Wenn du eine VGA-Karte drin hast. Also auch eine VGA-Karte. Woher weiß die VGA-Karte, dass sie mit der VGA-Karte zusammenarbeiten soll? Weil das durch das BIOS, woher weiß ein PC, dass er das nehmen soll? Im Prinzip ist es ja so, auch von der VGA-Karte meldet sich ja irgendwo, wird was im ROM-Bereich eingeblendet. Ja, das ist mir schon klar. Die Bridgeport-Karte ist ja so darauf ausgelegt, dass sie die Ressourcen noch einmal weniger benutzt. Die Bridgeport-Karte ist erst einmal darauf ausgelegt, dass der Amiga in einem entsprechenden Fensterbereich die Möglichkeiten einer MDA- oder CGA-Grafik zur Verfügung stellt. Das Ganze ist im Prinzip genauso, wie wenn ich im PC, gab es ja bei den Commodore PCC und PC20, die haben ja auch diese eher integrierte Grafik gehabt. Sogenannte AGA-Grafik, was ich mit dem Schicksal-Karte zu tun habe. Da kann ich ja auch eine ISA-Steckkarte dazustecken. Das ist im Prinzip genau das gleiche System. Ja, das ist genau. Für mich ist das zwei Arbeiten in den Welten züglich Grafik. Wenn die Bridge-Karte so gerade rausgelegt ist, die Ressourcen noch einmal hinzusetzen, ist mir das logisch klar. Steckst du jetzt eine ISA-Grafikarte daneben? Dann ist mir ganz klar, dass die beiden miteinander trennen. Ne, weil die PC-Karte ja auch über den ISA-Bus herrscht. Und wenn im ISA-Bus was drinnen ist, kapiert auch die PC-Karte, dass da ein Festplattenkontroller drinnen ist. Ach so. Weil der natürlich auf diese Slots zugreift. Und dann natürlich die entsprechenden Rombereiche von der Karte, wenn der PC-Teil hochfährt, eingeblendet werden. Und dann in dem Fall, wenn die VGA-Karte drin ist, geht es nicht über den 128 Kilowatt-Bus? Dann geht es nicht mehr über den. Dann geht es direkt. Dann geht es direkt. Dann kann ich mir, dann spare ich mir diesen Datenverkehr. Okay. Das ist das Wichtige. Dann wird der Rest schneller. Dann entzerrt sich das Ganze ein bisschen. Die Festplatte wird deswegen auch kein Traum. Ja, die wird nie ein Traum werden. Logisch. Aber das entzerrt sich. Moment. Kannst du denn der PC-Karte nicht auch eine eigene Festplatte ziehen? Eben. Das ist der nächste Schritt. Da kommen wir gleich dazu. Da kommen wir gleich dazu. Einen Schritt nach dem Abend. Also ganz wichtig. Grafikkarte. Was man allerdings machen sollte, das ist nicht zwingend vorgesehen, aber man sollte es machen. Man sollte sich die CGA-Emulation und Monochrom-Emulation für die Karte dann ausschalten. Das kann man mit der Konfigurationssoftware machen. Das schadet nicht, weil dann werden diese Speicherbereiche ja wirklich auf der PC-Seite quasi freigegeben. Ansonsten sind die auch noch unter Benutzung. Gut. Nächster Schritt. Vollkommen richtig. Das Problem habe ich ja immer noch. Ich brauche einen Festplatten-Controller. Und da muss ich halt schauen, was bekomme ich. In der Mauer für irgendwie einen IDE-Controller. Weil wenn ich eine XT-Karte habe, wird es ein bisschen mau. Dann kann ich mir diesen wunderbar modernen XT-IDE-Controller kaufen. Der allerdings auch wild ist, weil die Basisadresse vom ROM falsch ist. Der wird davon nicht guten. Weil sich das Ganze dann im Prinzip mit den Bereichen, die die Anus-Software braucht, auf der Commodore-Seite einfach überschneidet. Außerdem, ganz ehrlich gesagt, die XT-Karte ist so langsam. Na mein Gott, dann passt das langsame Hardfight, ehrlich gesagt, genau zur Retro-Welt dazu. Bei einer 2,680er-Karte ist etwas anders. Die ist auch deutlich schneller. Da habe ich dann durchaus die Möglichkeit, zum Beispiel einmal etwas mit Windows zu machen. Und da kann ich dann natürlich diese 16-Bit-Steckplätze nutzen. Dafür bekomme ich noch relativ günstig die entsprechenden IDE-Controller. Und dann passt das Ganze. Wichtig ist bloß, ja, ich brauche dann auch eine kleine IDE-Platte. Weil das BIOS von den Commodore-Rechnern da sehr unangenehm ist. Das 2,680er-BIOS, das kennt keinen Autotype, beziehungsweise keinen User-Defined. Das heißt, es hat einfach diese Typen vorgegeben. Und da muss ich halt schauen, dass ich die Platte wirklich so entsprechend nutzen kann. Die 3,680er-Karte hat zumindest eine Autodetect-Funktion drinnen, beziehungsweise User-Defined. Das ist deswegen trotzdem bei 504 MB an ihre Grenzen. Und mit CF-Karten mögen alle nicht. Also da muss ich dann einen anderen Weg gehen. Ich kann dann sagen, sie ist es bei dem Rechner gemacht. Das ist eigentlich so die optimale Welt. Das heißt, ich habe eigentlich nur Tastatur und Maus. Was ich vom Amiga nutze. Ich kann mir auch sehr angenehm Daten hin und her spielen. Ich habe in dem Fall jetzt zum Beispiel kein CD-ROM-Laufwerk oder sowas drinnen. Das könnte ich mir auch vom Amiga das CD-ROM-Laufwerk auf der PC-Seite herholen als Laufwerk. Das funktioniert genauso. Da gibt es die entsprechenden Tools dafür. Wie gesagt, bei der Vortex-Karte ist es sehr ähnlich. Die Vortex-Karte hat auch die Angelegenheit. Sie tut es zwar, wie wir später sehen, mehr Grafik-Modi. Aber ich kann eine Grafik-Karte dann zustecken. Auch hier sehr zu empfehlen. Das einzige Schnuckelige, was wir später sehen, ich brauche nicht unbedingt einen extra in die E-Konsole. Weil die Vortex einen großen Stück weiter war. Wenn wir ehrlich sind. Gut. Jetzt sind wir eh schon ein bisschen in Richtung Hardware unterwegs gewesen. Jetzt schwenken wir mal wirklich auf die Commodores ein und schauen wir uns das mal an. Was ist das? Ich greife hier mal eine aus. Die schauen wir uns später auch noch tatsächlich im Original an. Es ist ein wirklich quasi vollwertiger PC. Da ist alles drauf. Das einzige, was er nicht hat, er hat keinen wirklichen Tastaturen-Schutz und er hat keinen Grafik-Anschluss. Ich habe ein vollwertiges BIOS drauf. Ich habe den entsprechenden Chipsatz drauf. Ich habe die CPU drauf. Ich habe die FPU-Möglichkeit und so weiter. Ich habe einen Floppy-Controller drauf. Es ist eigentlich ein abgespeckter Industrie-PC, wenn man es mal ganz genau nimmt. Der über die beiden Chips da hinten mit dem Amiga kommuniziert und damit im Prinzip die Adressen umsetzt, durch den Dual-Ported-Ram und damit im Prinzip ermöglicht, dass ich über die Janus-Software Tastatur-Maus nutzen kann bzw. dass ich das Ganze auf die Festplatten, also Hardfile nutzen kann usw. dass hier im Prinzip ein Datenaustausch stattbremsen kann. Wie ist das eigentlich möglich im Rahmen? Der hat ja seinen eigenen, oder? Der hat seinen eigenen Raum. Kann man da... Es gibt eine Software, wenn wir jetzt bei den Commodore-Karten sind, die heißt Amiga EMS. Da könnte ich mir den Amiga-Speicher als EMS-Speicher dazuholen. Aber dann fehlt es dem Amiga. Mei, wenn der Amiga gut ausgestattet ist, ist es prinzipiell vielleicht nicht das große Problem. Das Problem sehe ich eh in der Geschwindigkeit. Bei der Datentransfer. Bei der Datentransfer auf den Amiga EMS-Speicher. Also ich habe leider nur eine Testversion, die ein sehr, sehr kleines Fenster nur ermöglicht. EMS-Speicher an sich ist ja nicht schnell. Und der muss ja dann auch wieder über den Dual-Portet-Ram gehen, wie wir vorher gesehen haben. Also ist es nicht mehr... Kann man da was machen? Bei diesen Ports hier, kommen wir dann bei den einzelnen Ports drauf, was möglich ist. Okay. Sagen ich dann was dazu. Das ist jetzt kurz das Allgemeine. Wie gesagt, eigener Plotekontroller, eigenes BIOS. Natürlich kann ich auch einen Code-Prozessor installieren, wenn ich das brauche. Ich meine Gott, welche Software für Windows oder für das braucht wirklich ein Code-Prozessor. Na ja, wenn man irgendwo Sketch-Sachen machen würde. CAD oder Chip-Design, was manche früher tatsächlich gemacht haben. Bekanter von mir hat das gemacht, der hat im Prinzip auf der PC-Seite dann Platinen-Layout betrieben und solche Dinge. Okay, da macht es mit Sicherheit Sinn. Was bei den Commodore-Karten, einfach jetzt wirklich nur diese MDA, also Monochrom-Grafik und CGA-Grafik, was eigentlich dieser AGA-Chip-Satz, AGA für den PC-10, PC-20 letztlich zur Verfügung stellt. Weil das ist eigentlich anders als eine kombinierte Karte zwischen CGA und Monochrom. Das ist im Prinzip auch auf diesem Ridsch-Polz gelandet. Ich habe keinen Sound. Prinzipiell piepst das Ding bloß ein bisschen. Also, Sie haben zumindest einen Beeper-Anschluss. Den würde ich nicht empfehlen, weil der Beeper-Anschluss nämlich sehr gestört ist. Punkt 1, der Beeper am PC hört sich furchtbar an. Wenn man an Amiga-Sound gewohnt ist, schmeißt man das Ding sowieso weg. Punkt 2 ist es, das Signal ist sehr gestört. Wenn man da einen anschließt, dann hört man die Festplatte zugreifen. Macht keinen Spaß. Und was auch durchaus Sinn macht, Man kann im Prinzip das Amiga-OS von der PC-Festplatte booten lassen. Weil ganz am Anfang war es ja durchaus auch so, dass die Amiga-Festplatten-Controller schweineteuer waren. Auf der PC-Seite waren die Preise schon etwas günstiger. Und dann konnte ich mir das System so einrichten. Klar, ich musste von der Diskette booten. Weil jetzt muss erst einmal die entsprechende Software, die Janus-Software geladen werden. Und dann kann er im Prinzip von der Festplatte auf der PC-Seite, da legt man dann eine Amiga-Partition an. Und von der kann ich dann buchen. Das ist vor allem eine Sache, die man sehr gerne bei dem ersten System gemacht hat. Das ist immer so. Jetzt haben wir wieder mal den Fall, was durchaus leider auch manchmal auftritt, wenn es so warm wird. Jetzt ist er leider eingefroren. Wunderbar! Dann machen wir mal live einen Reboot von der ganzen Sache. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Weil der Amiga an sich läuft. Und das ist auch ein Vorteil. PC-Programme sind ja durchaus so, dass sie dann komplett abschnieren durchaus. Der Amiga selber läuft noch. Und ich kann meinen PC mit der entsprechenden Software einfach rebooten. Weil da gibt es dann die entsprechenden Tools. Da mache ich jetzt ein Reset. Und dann schauen wir auch gleich mal, was hier beim Reset hochkommt. Das ist ein 386er-Blitzport. Auf das kommen wir ja dann später nochmal. Und ich habe hier allerdings als Festplatten-Controller einen IDE-Controller drauf, der ein eigenes ROM hat. Also ein eigenes BIOS mitbringt. Weil damit kann ich viele Dinge umgehen, was das Original-ROM von Commodore an Grenzen bringt. Punkt 1, die Grenzen 504 Megabyte. Meine kleine IDE-Platten sind mittlerweile durchaus auch ein bisschen teuer. Und vor allem Punkt 2, ich kann CF-Karten hernehmen. Die Commodore-ROMs, warum auch immer, ich kann die CF-Karten formatieren. Das gleiche gilt auch für die Doms. Die kann ich formatieren. Aber das war's. Ich kann nicht wirklich darauf zugreifen. Sobald ich darauf zugreifen möchte, Daten kopieren möchte, kriegt ihr irgendwie ein korruptes Zeilsystem und das Ding schmiert tatsächlich ab. Also von dem her ist so ein entsprechender Kontroller durchaus sinnvoll. Und dafür, dass wir die Daten gut gehen. Jetzt machen wir mal kurz Leiden. Da geht mir. Der sollte eigentlich von der Karte gut funktionieren. Aber ich hoffe nicht, dass es den CF zerlegt hat. Weil CF-Karten sind ja wunderbar. Finden wir das an, schauen wir nochmal, sonst müssen wir tatsächlich umswitchen, das wäre schade. Jetzt hat er es, naja. Meistens hilft auch gutes Zureden. Hier sieht man übrigens auch schon eine wichtige Sache, ich benutze ja die Maus vom Amiga mit. Das heißt, ich brauche auch einen speziellen Maustreiber, weil der dann genau auf die entsprechenden Adressen geht. Und das ist dieser A-Maustreiber, der vom Komodore zur Verfügung stellt. Mit einem anderen Maustreiber habe ich keine Chance. Den muss ich auch tatsächlich entsprechend bei Windows einbinden. Starten wir nochmal unseren Klassenscheid. Unser Windows 3.11. Es ist sogar so, ich könnte theoretisch Windows 3.11 sogar auf der Brückenkarte selber laufen lassen. Komodore liefert einen CGA-Treiber mit, aber ich glaube nicht, dass man sich Windows in CGA wirklich antun möchte. Also, auch von dem her ist es sehr zu empfehlen, dass man hier natürlich auf eine VGA-Karte rüber wechselt, weil sonst macht es einfach keinen Spaß. Es wird so schmerzlos. Vor allem auch, wenn ich an die Spiele denke, schauen wir mal, wo waren wir da ungefähr. Da waren wir schon vorbei. Dann sind wir da bei der Folie 14. Dann machen wir da weiter. Und da war. Nämlich, bei dem ersten, naja, Brückenkarte ist übertrieben, das ist der Beiwagen, wie man den so schön nennt, der A1060, der eigentlich, ja quasi abgesteckter PC-10, PC-1 ist, wo man halt einige Anschlüsse umgelegt hat, dass man im Prinzip sich die Signale vom Amiga holt. Und der wurde sehr gerne dann dazu verwendet, was ich vorher gesagt habe, dass man die Festplatte nutzt, ja. Weil der Amiga 1000 hat ein Problem, er schaut zwar sich aus, er funktioniert auch, aber er hat keine Festplatte. Ich kann intern keine Festplatte nachrüsten, ich habe keinen Zorros-Steckplatz, gar nichts. Und die externen Festplatten für den Amiga waren immer schon schweineteuer. Kreisig konnte man für das Geld eigentlich einen Beiwagen kaufen, also einen A1060, mit einer Filekarte drinnen, damals natürlich MFF-Filekarte oder XTIDE. Und da habe ich das Ganze dann auch bei mir zu Hause so eingerichtet, dass ich von den Amiga 1000 von der Diskette starte. Der greift dann auf die Amiga-Partition zu und gucke da dann das Betriebssystem zu Ende. Das ist eine wunderbare Sache, ist auch einigermaßen schnell, mit den alten MFM-Blatten natürlich nicht so. Man kann aber zum Beispiel auch einen Sky-Controller verwenden, also es gibt ja diese Siget ST01, ST02 Sky-Controller für den XT-Steckplatz, die eignen sich auch wunderbar dafür. Gut, was haben wir erst einmal als CPU? Das war rein als Standard-PC gedacht. Das heißt, 4,77 MHz, 8088er CPU, CPU war natürlich möglich. Die allerersten Beiwege sind sogar das mit 256 MB RAM ausgeliefert worden. Absolut Wahnsinn! KW ist nicht schon, was MBX hat. Oh, ja, sag mal KW, sag mal Kilobyte. Klar, mittlerweile mit diesen kleinen Größen, das ist ja mittlerweile Megabyte schon nichts mehr, wenn wir in der Gigabyte-Welt sind. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber auch der PC, der IBM-PC hat am Anfang ja auch nur 256 KM gehabt. Und von dem her gesehen, das andere nur über Erweiterungsteckraten. Allerdings, der Beiwagen war schon vorbereitet mit den entsprechenden Socken, das heißt mit Speicherchips konnte man sich das Ganze auch aufrüsten. Und da sind wir erst einmal beim Maximum, was der Beiwagen kann, die nur 12 KB. Standard XT-Pios und eine ganz schnuckelige Sache. Ich habe die Möglichkeit, vier Diskettenlaufwerke anzuschließen, weil der wunderbare Sidecar einfach den Standard Sugarbus unterstützt. Das heißt, ich kann Laufwerke DS0 bis DS3 adressieren. Das heißt, wer es braucht, ich kann zum Beispiel mein internes Laufwerk nutzen, ich kann externe 720er anschließen, und noch eins zum Diskettenkopieren, bietet nur diese eine Brückenkarte in Anführungszeichen. Das ist ja eher ein Brücken-PC, was wir hier haben. Und ich habe eben drei Isas-Lots. Ja, einen Isas-Lot sollte man dafür verwenden, dass man sich eine Festplatte einbaut. Schadet nicht, vor allem der Amiga freut sich drüber. Und einen anderen Isas-Lot würde ich auf jeden Fall verwenden, um die 512 KB zu erhöhen, dass ich auf 640 zumindest komme. Das geht nicht anders, da ist nichts dafür vorgesehen. Nein, das sind Sockel und sowas ist nur dafür da, auf 512 KB zu kommen. Es kann durchaus sein, bei der Karte später gibt es so einen Dirty Hack, dass man da was machen kann, aber bleiben wir mal beim sauberen Weg, da habe ich nur die Möglichkeit mit so einer Zusatzkarte. Wie schaut das Ding aus? Den haben wir hier, Amiga 1000, passt wunderbar die Tastatur drum, das ist alles aufgeräumt mit einem entsprechenden Monitor. Und da ist der Beiwagen dabei, mit seinem Diskettenlaufwerk, ja, das ist ein 360 KB Diskettenlaufwerk für die PC-Seite. Und da quasi auf der rechten Seite, da dahinten sind dann die drei Isas-Lots, die ich dann mal entsprechend verwenden könnte, wenn ich so eine Beiwagen habe und auch nicht so möchte. Und geht dann auf die Strickland, das war auch nicht gerade drauf? Könnte man machen, man könnte mal eine VGA-Karte einbauen, man muss jetzt schauen, dass man eine Affinity 8-Bit-Kompatibel ist. Gibt es aber nicht. Gibt es, ja, zum Beispiel die 3D 9000er-Reihe, die funktioniert ganz gut damit. Aber die geht dann nur für die PC-Welt. Die geht dann nur für die PC-Welt, ja. Das ist komplett getrennt. Klar. Das ist nur die PC-Welt. So, das nächste, was kurz daraus von Commodore auf den Markt gebracht wurde, das ist eigentlich die Karte, die habe ich auch mal dabei. Der absolute Standard, die man durchaus einmal über lange Zeit nachgeschmissen gekriegt hat. Das ist die 2088XT. Okay, ja, eigentlich die 0815-Karte schlechthin. Das ist eine frühe Revision, das sieht man, da hinten noch sehr viele Leiterbahnen nachgelötet wurden. Also, Commodore hat sehr lange Nachbesserungen vornehmen müssen. Nur die allerletzten Revisions-4- und Revisions-5-Karten sind dann wirklich sauber, auch vom Platinen-Layout her. Und, ja, das ist eigentlich das gleiche Spielchen. Ich habe hier meine 8088er CPU im PC-Chip-Satzbereich. Die beiden Chips, die finden sich auf allen Commodore-Karten. Die haben Commodore nicht mehr verändert vom Design, die sind austauschbar. Die im Prinzip die Anwendung an die Amiga-Welt bieten. Und auch hier habe ich halt nur meine 512-KB-Räume. Also, angeblich sind die allerersten auch nur mit 256-KB ausgerüstet worden. Ich habe so noch keine Karte gefunden. Ich habe nur die ein oder andere daheim, wo ein Teil zumindest gesockert ist. Wirklicherweise war die ursprünglich auch mal tatsächlich nur mit 256-KB bestückt. Hat auch wieder X-Ebius. Und da geht halt auch nur noch zwei Laufwerke. Mehr nicht. Also, die haben wir auch den Floppy-Controller umgeändert. Eine Sache ist allerdings zu beachten, ich kann nur DD-Laufwerke verwenden. Und ich muss darauf achten, dass dieses DD-Laufwerk auch auf DS0 gejumpert ist, mein Laufwerk A. So wie ganz am Anfang in der PC-Welt üblich war. Gedrehtes Kabel geht gar nicht. Da verweigert er die Zusammenarbeit mit dem Diskettenlaufwerk. Das ist etwas ganz Wichtiges, was man da wissen muss. Da kann ich jetzt zum Beispiel tunen. Also da beim Sidecar gibt es auch diese Hacks, die würde ich bloß nicht mehr machen. Ein Sidecar ist zu selten, um da irgendwie was rumzulöten und durchaus vielleicht das Leben zu riskieren. Bei einer XD-Karte, die es, naja, wie Sand am Meer auch nicht mehr, aber die es relativ häufig gibt, kann man da durchaus auch mal was ausprobieren. Und da gibt es Umbaumöglichkeiten auf 8 oder sogar 9,54 MHz. Ich muss natürlich die CPU tauschen, die wir hier haben, weil die normale, die mit ausgeliefert wurde, die kann auch nicht mehr als 4,77. Und ich muss hier auf den Chip achten, auf den PC-Chip. Der sogenannte Faraday-Chip. Und der muss hinten ein A haben bei der Kenner. Das ist so 2011, glaube ich, wenn man das alles durchscht. Und der braucht hinten ein A. FE 2010 steht drauf. Hinten muss ein A sein. Dann kann ich das Ganze auch höher sein. Ansonsten geht das gar nicht. Und man merkt hier, es gibt einiges an Revisionen, mit Unterrevisionen. Sagen wir so bei 6, 7 Stück, wo Commodore da unterschiedlich produziert hat. Es gibt auch einige BIOS-Revisionen dazu. Und er hat gesagt, es ist halt einfach die Standardkarte, die mir ermöglicht. Sagen wir das einmal wieder auf die Seite. Stecken wir es einmal ein, damit man das Ganze auch mal sieht. Die mir einfach den Zugriff auf meine ISA-Slots da oben ermöglicht. Und dann kann natürlich, auch da wieder, da habe ich drei Möglichkeiten frei beim 2000er, kann ich natürlich für meine PC-Welt-Steckkarten verwenden. Also auf jeden Fall Grafikkarte macht Sinn und durchaus auch Festplatten-Comproller. In dem Fall bei einer PC-Karte bin ich halt sehr eingeschränkt. Aber vor allem bei den AT-Karten macht es durchaus Sinn. Auch da bin ich das erst einmal bei 512 KB Schluss. Also das ist genau das gleiche Problem wie beim Sidecar. Ja, ich muss ausweichen. Ich muss im Prinzip eine ISA-Steckkarte verwenden. Oder aber ich kann über Dirty Hex auch 640 K zur Verfügung stellen. Das geht, aber wie gesagt, da muss man ein bisschen rumlöten und alles, wer sich das zutraut. Ich habe ein paar Informationen zu Hause dazu, wie man das machen kann. Aber, naja, wenn so eine Karte funktioniert, man soll mit solchen alten Dingen nicht mehr zu viel tricksen, ist mir meine Meinung. Es ist zu schade drum. So, als nächstes, ich lasse jetzt keine aus, weil die andere Karte kommt dann einen Schluck später, weil ich hier nach der Jahreszahl gegangen bin, war die 286er Karte. Weil die XT-Karte durchaus eine sehr langsame Angelegenheit ist mit 4,77 Megahertz, hat dann 1989 Commodore das hier rausgebracht. Das ist die A2286. Eigentlich eine wunderbare Karte, allerdings mit einem ganz bescheidenen Designfehler. Das Sandwich ist eine Katastrophe. Das ist der größte Schwachsinn, dem Commodore, was Glücksports anbelangt, eingefallen ist. Warum? Wenn man sich das hier anschaut, das Sandwich ist leider auch ein klein bisschen länger als mein ISA-Bereich hier. Das heißt, es geht hier unten in den Zorro-Bereich rein. Das heißt, ich brauche so oder so zwei Steckplätze. Ich kann nicht rumtricksen und kann sagen, okay, ich stecke hinter meine ISA-Karte, was ja möglich ist, dass ich hier hinten noch irgendwo eine Zorro-Karte reinstecke. Das geht auch nicht. Das heißt, ich brauche aufgeteuernd von der zwei Steckplätze. Und das ist ein absolutes Geldesign, in meinen Augen. Wenn, dann hätte ich es so machen müssen, dass ich wenigstens ein bisschen rumtarieren kann. Aber egal, es ist eigentlich eine AT-Karte, wie sie auch damals beworben wurden. Acht Megahertz. Man kann auch, es gab mir eine Firma in Deutschland, die hat da ein bisschen was rumgebaut, da gehen dann theoretisch auch zwölf Megahertz. Da muss ich allerdings einmal schauen, ich bin jetzt mit einem Bekannten dran, dass wir das Ganze einmal so ein bisschen auflösen, was da gemacht wurde. Wie groß, dass da der Eingriff im Endeffekt war. Naja gut, das sind nicht 4 Megahertz mehr, das sind 50%. Naja gut, also das teilt sich durchaus rentierend. Man muss halt auch hier drauf achten, wahrscheinlich CPU-Tausch. Weil es sind oft genug auch nur 8 Megahertz-Zücken verbaut worden von der 286er. Und naja, muss man jetzt schauen, dass das Ding immer so schneller wird. Hat natürlich dann ein Plan E-Bios und auf jeden Fall 640K-Speicher. Endlich haben wir den Bereich voll. Und man sieht es hier oben auch ein bisschen mehr. Es gibt wohl ein paar wenige Karten, ganz am Anfang, die nur mit 640K ausgeliefert wurden. Aber normal hat das Ding einen weh. Wunderbare Sache. Ich kann auch wieder zwei Floppys anschließen. Allerdings nur intern. Wie man hier sieht, die 2088 konnte auch extern ein Laufwerk verarbeiten. Das geht hier nicht. Hier habe ich allerdings jetzt auch endlich die Möglichkeit, normale PC-Laufwerke zu verwenden. Also da ist der Sprung auch hier bei den Brückenkarten passiert. Also die ganz normalen 1,44 MB-Floppys. HD-Floppys kann ich hier verwenden am gedrehten Kabel. Das ist kein Problem. Ja, hier gibt es insgesamt drei Revisionen. Ich habe vor kurzer Zeit eine Revision 5 irgendwo ausgegraben. Eine ziemlich alte Revision. War ganz spannend, weil da doch einige Bestückungssachen dann anders waren. Aber so richtig zum Analysieren bin ich leider noch nicht gekommen. Was da so letztlich sich geändert hat. Gut. Und jetzt kommt, wenn wir hier das Sandwich auch noch mal sehen. Im Übrigen, wenn ich das mal so daneben halte, ein großer Unterschied. Da oben kommt schon ein anderes Logo drauf. Das heißt, da wurden Teile redesigned von Westchester. Und die ist eigentlich rein made in Germany. Weil die Brückenkarten, also auch der Brücken-PC, wenn wir den dazu nehmen, die A1060, die A2088 und die A2286 sind prinzipiell in Braunschweig designt worden, weil die den PC-Teil von Commodore quasi auch gefertigt haben. Und da Erfahrung hatten. Da hat sich jetzt dann Westchester eingemischt. Das hat auch der A2286 nicht allzu viel gemacht. Das hat dann bloß dieser Dallas-Chip Platz gefunden für die Uhr, den wir hier oben sehen. Das ist die Revision 6. Das ist noch made in Germany. Was wir hier sehen, ist Revision A. Und das ist bitte, wenn man irgendwo mal eine solche Karte auftreiben sollte. Der Dallas ist immer leer. Und was bei dem Dallas lästig ist auf der 2286, wenn er leer ist, die Karte bootet nicht mehr. Das heißt, den Dallas bitte tauschen. Was natürlich sehr nachteilig ist, das Ding ist fest verlötet. Also ein bisschen Lötkunst sollte man mitbringen. Der mich hat das Ganze auch mal in einem Video durchaus gezeigt. Am besten das Ganze sockeln, weil in ein paar Jahren ist wahrscheinlich auch der Dallas irgendwann mal wieder leer. Und da sollte man vielleicht mal vorbeugen. Dann funktioniert das Ding aber ganz genauso. Es gibt keine Geschwindigkeitsunterschiede oder sonst irgendwas. Die sind alle gleich schlecht. Gut. Apropos Westchester. Die hat auch was ganz anderes gebaut. Und das hat kaum den Weg an die Öffentlichkeit gefunden. Das war dann ein Jahr nach der 286er-Karte. Die haben eine XT-Turbo-Karte gebaut. Und da wird ihm was zu warm. Das denke ich mir. Da wollen wir hier den Lüfter haben. Das ist sehr schade. Da haben wir das Spielchen nochmal. Weil der Amiga ist brav und der läuft. Das ist das Schöne. Ein PC ist eigentlich ein PC und ein Amiga ist dann, wenn er läuft. Dann kann sich das schaden. Fangen wir nochmal hoch. Schauen wir uns das wunderbare Startbild nochmal an. Schade da nicht. In der Zwischenzeit kann ich auch was zu dieser Karte erzählen. Das T steht für Turbo. Das T steht tatsächlich für Turbo. Richtig. Und Turbo heißt auch wirklich, das Ding arbeitet mit 9,54 und zwar serienmäßig. Es hat nämlich ein Neck V20 drauf. Und es hat auch schon 640K Speicher drauf als XT-Karte. Also die ist für den XT-Bereich voll ausgerüstet. Und wie gesagt, mit dem Neck V20 lässt sich auch softwareseitig sehr leicht umschalten. Zwischen 7,14, 4,77 und 9,54 MHz. Das ist eine wunderbare Karte gewesen. Die wurde wohl auch mal in den Amiga-Magazinen beworben. Das Problem ist nur, irgendwie ist die nicht groß in den Verkauf gelangt. Also der Griff, glaube ich, hat jeder sogar bestellt gekauft, wie die rausgekommen ist, weil sie eben mehr Speicher, schneller und sowas durchaus Sinn gemacht hätte. Aber die ist eigentlich nicht groß verkauft worden. Es ist im Prinzip so, ab und zu findet man den ein oder anderen Restbestand. Und von der Karte gibt es zwei Revisionen. Ich habe leider nur die Revision 3.1. Und es gibt auch noch eine Revision A, die sich durchaus auch ein bisschen deutlicher in der Bestüttung unterscheidet. Aber mehr als ein Foto auf Amiga-Ressource habe ich von der Karte auch noch nicht gefunden, was sehr schade ist. Sie hat auch noch etwas, was eine ganz feine Sache wäre. Das war allerdings da, ich sage es mal, eher experimentell unterwegs auf der Karte. Wir haben hier mehrere Anschlüsse für Floppy-Kabel. Und diese Turbo-Karte konnte auch schon die Amiga-Floppys mit benutzen. Das konnten auch die 2088er, die normale XT-Karte und die AT-Karte nicht. Ja, die haben hier jetzt diesen Lux-Modus, dass man das dazwischen mixen konnte. Allerdings, da ist irgendwo letztlich auch diese Software nicht ganz so ausgereift gewesen. Naja, jetzt glaube ich, ist ja tatsächlich zu warm. Das will ich Ihnen dann ersparen. Dann schweckt man nämlich um. Dann machen wir das mal ganz spontan. Das ist durchaus wahrscheinlich auch den 3000 Tower geschuldet. Der ist etwas sehr ausgestattet. Und wenn die Raumtemperatur etwas höher ist, dann hat er dadurch keine Schwierigkeiten. Andererseits brauchen wir das Ganze noch. Was wollte ich zu der Karte noch sagen? Dieser Mix-Modus, diese Laufwerke, der taucht halt auch noch später auf. Und zwar bei der eigentlichen ganz tollen Karte, die 386er-Karte. Und das Ganze können wir jetzt auch tatsächlich ohne Beamer erzählen. Weil die Karte habe ich da. Und mehr als das Foto von der Karte hätten wir da auch nicht drinnen. Auch diese Karte wurde in Westchester designt. Das hat dann wohl irgendwann einmal diese ganzen Designmöglichkeiten übernommen. Und stellt eigentlich dann einen 386er-PC auf so einer Steckkarte dar. Auch wieder Möglichkeit für einen Co-Prozessor. Gab es in drei Varianten. 20, 25 MHz. Das waren so die gängigen. Und es gibt halt auch eine 16 MHz-Variante. Die ist allerdings, auch wenn sie die langsamere ist, deutlich seltener. Warum auch immer. Das Wunderbare ist auch hier. Ich habe hier wieder die Möglichkeit, die Amiga-Floppis einzuspeisen. Und auch quasi mitzubenutzen. Auch HD-Floppis kann ich mitbenutzen. Allerdings muss ich da immer ein kleines bisschen kompliziert mit dem sogenannten Flipper-Programm rumschalten. Das macht nicht wirklich Spaß. Also ich empfehle es nicht. Wenn ich die Möglichkeit habe, ein direktes PC-Laufwerk zu verwenden, macht es deutlich mehr Sinn. Auch hier verdiene ich nochmal die 386er-Karte. Wunderbare Sache. Da sieht man schon was, was nachträglich gemacht wurde. Weil auf der Karte was drauf ist, was unbedingt weg muss. Nämlich der Tonne-Rakko. Da ist eine Tonne drauf. Der wunderbare Wartau. Und die muss runter, weil die läuft aus. Und wenn die ausläuft, dann macht die was kaputt. Nämlich zum Beispiel den Floppy-Controller-Chip. Die verätzt die komplette Platine. Und aus dem Grund, wenn man so eine Karte hat und das noch nicht passiert ist, erster Schritt runter damit. Ganz wichtig. Man kann das Ganze dann mit einer Knopfzählung-Sperrdiode ersetzen. Hat ein wunderbares AT-BIOS wieder drauf. Was auch durchaus eben Floppy- bzw. Festplatten-Autoerkennung bietet. Das ist 504 Megabyte. Wenn ich eine ID-Platte verwende, funktioniert das tadellos. Diese Karten kann ich auch aufrüsten. Es gibt da diese Cyrix-Clip-On-Chips. SLC-2-Chips. SRX-Quadrat 486. Die kann ich da drauf klipsen. Von dem habe ich jetzt erst einmal nur den Kühlkörper geklaut. Da ist jetzt der Chip noch nicht drauf. Dann habe ich im Prinzip den 486 SLC. Das ist aber auch ein K486er-Bit. Also von dem sollte man sich auch nicht blenden lassen. Bei einem 486 SLC-Prozessor, SLC-2 oder SLC-3-Prozessor ist nichts anderes als ein getunter 386 SX. Der arbeitet extern immer noch mit 16 Bit. Das heißt, er kann maximal 16 Megabyte Speicher aufverwalten. Mehr geht nicht. Und er hat ein paar 486er-Befehle bekommen. Und er hat einen internen Cache. Der interne Cache macht das Ganze natürlich deutlich schneller. Und was er auch hat, er hat natürlich Taktverdoppelung oder Taktverdreifachung. Aber es bleibt eigentlich immer noch ein 386er. Wenn man es mal ganz genau nimmt. 386 SX. Gut. Diese Karte kann bis zu 8 Megabyte RAM verwalten. Ausgeliefert wurde sie mit sagenhaften 512 Kilobyte. Macht natürlich auch keinen Spaß. Das heißt, man hat sich dann entsprechende Zipps besorgen müssen. Man kann das Ding auf 8 Megabyte hochpushen. Man hat allerdings auch, es gibt eine Modifikation. Da muss ich allerdings auch ein modifiziertes BIOS verwenden. Dann kann ich über eine Platine zwei PS2-SIMs verwenden und komme auf 16 MB. Also, funktioniert. Ich habe es auch schon funktionierend gesehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich die 8 MB reichen mir durchaus aus. Ich meine, es ist ja bloß ein 386er. Warum will ich da unendlich viel Speicher haben? Gut. Das ist jetzt die Commodore-Welt gewesen. Commodore war aber nicht der einzige Hersteller von Brückenkarten. Sondern ich habe hier auch nochmal was dabei. Und jetzt müssen wir es auch tatsächlich auspacken. Nämlich eine Vortex Golden Gate. Die sind ein bisschen später in den Markt gekommen. Und zwar 1992 hat Vortex angefangen, genau das hier zu verkaufen. Das ist eine Golden Gate 386. Also eine 386 SX, um genau zu sein. Und diese Brückenkarte unterscheidet sich in manchen Punkten deutlich von den Commodore-Karten. Da haben wir es einmal raus. Auch der Lieferumfang ist unterschiedlich. Weil bei Commodore-Welt durchaus auch noch ein Betriebssystem mit dabei. Also bei der XT-Karte war zum Beispiel MS-DOS 3-3 dabei. Bei der 286er-Karte auch oder sogar ein 4-0er. Und bei der 386er-Karte waren 5er MS-DOS dabei. So, bauen wir das einmal raus hier. Also auch vom prinzipiellen Aufbau her quasi eine Brücke. Schlecht wieder die Brücke von meinem Zorro-Slot, den wir hier haben, zu den ISA-Slots rüber. Und hier vorne ist quasi der PC-Teil. Da ist der Platz für den Koprozessor. Das war nachrissbar für den Floppy-Controller. Da muss man dann den Floppy-Controller-Chip nachträglich einbauen. Das ist aber oft auch nicht das Problem. Warum? Ich kann die Floppys vom Amiga mitnutzen. Das heißt, ich muss nicht den Floppy-Controller hier verwenden, sondern ich kann ohne Probleme, nämlich über den Zorro-Bus, nicht über zusätzliche Verkabelung, das ist das lästige bei der 386er-Karte, da muss ich meine Kabel ziehen vom Floppy-Controller vom Amiga zur Brückenkarte und von der Brückenkarte dann wieder zu den Floppy-Laufwerken. Und da brauche ich gar nichts machen. Ich stecke die Karte ein und erholt sich im Prinzip die Datenband über den Zorro-Bus. Und kann auch mit HD-Laufwerken im Übrigen umgehen. Also das funktioniert auch. Und was viel schöner ist, ist allerdings das hier. Und an dem 40-poligen Steckplatz erkennt man, das ist eine IDE-Schnittstelle. Und der hatte praktisch einen IDE-Controller mit dabei. Und das ist eine geile Sache. Vor allem mit sowas ist das ein Traum. Also man tut einen DOM drauf, 256 MB bis maximal 512 MB, weil auch da sind natürlich die BIOS-Grenzen erst einmal aktiv. Und dann habe ich sehr schnell eine Festplattenmöglichkeit mit einer durchaus akzeptablen Geschwindigkeit. und habe nicht das Problem, dass ich einen zusätzlichen Kontroller oder sowas brauche. Also eine tolle Sache. Ich kann auch diese Karte auf maximal 16 MB hochrüsten. Und ich kann Standard-SIMs verwenden, also die 30-poligen, wo man sich auf SIMs ausweicht. Gab es dann auch 1993 später als 486-SLC-Karte. Also mit einer 486-SLC-CPU von Cyrix drauf. Die hat ein bisschen einen internen Cache. Hat auch diese 486er mehr fehlen, aber auch nur mit 25 MHz. Ist auch ein bisschen schneller, wie es immer so schön heißt. Aber richtig viel Spaß macht die SLC2, weil die halt auch mit 50 MHz läuft. Taktverdoppelung verwendet. Die kam dann 1994 aus. Aber auch hier, es ist immer noch eine 386er-Karte im Endeffekt. Das, was sehr schade ist, bei den Commodore-Karten sind mittlerweile sehr viele Inhalte dieser GALS und PALS gekannt. Das heißt, wenn da mal tatsächlich was extrem kaputt geht, hat man zumindest vielleicht die Möglichkeit, da noch was zu richten, weil man sich auch einen GAL-PAL neu beschreiben kann. Bei den Vortex-Karten existiert nichts. Das heißt, keine Inhalte. Das heißt, wenn die Karte und die Freunde hier hinten werden durchaus ziemlich warm, wenn die mal den Geist aufgeben, dann ist die Karte Ersatzteillager. Aber mehr nicht mehr. Es sind leider nicht reparierbar. Also wer weiß, ob man da in den nächsten Jahren einmal versuchen kann, die sind ja alle schreibgeschützt, die Sachen auszulesen. Wer natürlich im Rahmen der Erhaltung von Altar hat, wäre eine wunderbare Sache. Da kann man keinen Kühlkörper drauf machen. Da kann man dann schon mit einem Kühlkörper arbeiten. Das ist klar. Aber trotz alledem, wie gesagt, wenn hin, dann hin. Und ja, ich weiß, ich muss mich ganz ein bisschen beeilen. Darum machen wir nur noch einen ganz kleinen Ausblick, was es sonst noch gibt. Es gibt nämlich auch noch andere Emulatoren, Hardware-Emulatoren. Das sind aber keine Brückenkarten. Wer den Amiga 500 kennt, der kennt vielleicht das KCS Power-PC-Board. Das ist eigentlich eine Speichererweiterung. Aber eine Speichererweiterung mit einem Neckfra 30 draus, der mit 10,7 Megahertz läuft. Das ist auch ein PC-Emulat, aber keine Brückenkarte, weil ich ja nicht die Möglichkeit habe, auf die ISA-Slots zuzugreifen. Klar, im Amiga 500 habe ich keine ISA-Slots, aber es gibt auch eine Adapterplatine, wo ich dieses KCS Power-PC-Board in den 2000er zum Beispiel einbauen kann. Klar, der hat nicht diesen Brückenschlag. Es gibt auch von Vortex, die haben davor noch etwas anderes rausgebracht, nämlich die AT-1s. Und die AT-1s Plus, die waren für den 68.000er-Sockel im Amiga 500, zwei 86er-Steckplatinen. Da war im Prinzip ein Umsetz-Chip drauf und die CPU, wenn wir die AT-1 Classic anschauen, mit 7,14 Megahertz. Die war auch synchron zu 68.000er-CPU getaktet. Wenn ich ganz ehrlich bin, die ist ein ziemliches Klump. Also auf die würde ich, wir haben das Ganze mal verglichen mit, mit der haben wir uns schon mal beschäftigt. Die macht nicht wirklich Spaß. Die AT-1s Plus, die hat 16 Megahertz, die hat ein bisschen einen eigenen Speicher drauf und da kann ich auch einen Co-Prozessor drauf bringen. Das sind so die Möglichkeiten, die ich an Hardware noch habe. Ansonsten müsste ich den Weg über die Software gehen. Es gibt natürlich PC-Task, was ich installieren kann, aber auch PC-Task auf einem neuen Vampire-Accelerator ist durchaus ein bisschen langsamer als eine 486-SLC-Brückenkarte. Und was gäbe es noch? Ja, es gibt noch Siamese. Und Siamese ist eigentlich ein ganz interessantes System, mit dem ich mich hoffentlich auch noch irgendwann einmal beschäftigen werde, wenn ich die Zeit dazu finde. Weil dann kann ich einen Standard-Industrie-PC auch quasi als Art Brückenkarte verwenden, weil über eine Steckkarte und Software kann ich nämlich dann auch als Eingabe-Variante Tastatur-Maus von Amiga verwenden. Also das kam später mal raus, wie eben keine Brückenkarten mehr produziert wurden. Das Ganze heißt Siamese. Das sind so Siamese. Siameseische Zwillinge. Offiziell so, ja. Kann man mal danach schauen. Also ab und zu findet man auch mal was. Ich bin bloß auch nicht so dazugekommen, das liegt seit längerer Zeit zu Hause und staut mich immer an und schreit, aber irgendwann werde ich es so hören. Noch irgendwelche Fragen? Ich habe mir jetzt leid, dass er noch ein bisschen schlapp gemacht hat, aber der hat immer ein bisschen Temperaturprobleme, weil oben drüber noch eine Grafikkarte und alles drinnen ist und wenn es ihn zu sehr einheizt, dann mag er einfach nicht mehr. Ich bitte das Ganze nachzusehen. Ich hoffe, dass wir uns auch noch einigermaßen über die Winde gekommen sind. Fragen von euch noch? Gut, dann kann ich wieder zusammenbauen. Applaus Gut, dann kann ich wieder zusammenbauen.